Hey Lieben, dieses Video wird unterstützt durch ein Geflüster. Ein Geflüster hat ein neues CBD-Öl rausgebracht mit der Zitronenmünse. Und das Besondere an diesem Öl ist, dass wir jetzt endlich einen Sprühkopf haben. Vor allem für unterwegs oder wenn man nicht so auffällig das CBD-Öl einnehmen möchte, sondern das einfach schnell gehen soll. Dann ist das wirklich ziemlich praktisch. Es hat außerdem einen erfrischenden, zitronig-minzigen Geschmack. Es beinhaltet 10% CBD und hat neben der entspannenden CBD-Wirkung durch die Zitrone und die Minze gleichzeitig auch einen erfrischenden und belebenden Effekt auf den Körper und den Geist. Also es ist perfekt für den Alltag geeignet, wenn man zwischendurch einfach nochmal so ein frischer Kick braucht, aber nicht die entspannende und beruhigende Wirkung von CBD-Münzen möchte. Deswegen für unterwegs und durch die praktische Einnahme benutze ich sehr gerne dieses Öl. Aber ihr wisst, mein Lieblingsöl ist immer noch das Schlaföl mit 10% Melatonin. Diese zwei Öle gibt es jetzt im Sommernachtstraum-Send. Wir haben einmal das Lemon-Mint-Spray, welches dir Frische für den Alltag schenkt und das CBD-Öl mit Melatonin, welches für einen erholsamen Schlaf sagt. Wenn ihr das Geflüsse noch nicht probiert habt, dann denke ich, dass es eine gute Wahl ist, um das erste Mal die Sachen auszuprobieren. Mit dem Code Dori CBD könnt ihr 15% öfter Sommernachtstraum-Send sparen, aber auch auf alle anderen Produkte im Sortiment. Ich verlinke euch unten in der Infobox nochmal alle Infos. Und jetzt, viel Spaß mit dem Video. Genau, dann würde ich dich ganz, ganz herzlich zu unserem allerersten Tingle-Experiment begrüßen. Und ich freue mich wirklich sehr, dass du heute da bist und dich für das Experiment bereit erklärt hast. Wie geht es dir? Aufgeregt? Brauchst du aber gar nicht sein. Das wird ziemlich angenehm. Ich bräuchte allerdings eine klitzekleine Unterschrift von dir, dass das Ganze auch aus freiem Willen passiert, ja. Okay, also einmal hier, eine und hier, genau. Und wenn du magst, kannst du dir das auch nochmal durchlesen. Okay. Ja, genau hier. Und da unten auch noch. Ja. Alles klar. Super, danke dir. Hast du sonst noch Fragen? Okay. Wie gesagt, das ist total harmlos. Es ist sogar wirklich entspannend. Ich weiß auch nicht, warum wir keine Kandidaten dafür finden konnten. Aber du kannst dich wirklich glücklich schätzen, dass du dich dafür bereitgestellt hast. Es ist fast schon wie, ja, eine Verwöhnung, ein Spa-Tag von den Geräuschen her. Genau. Nach jedem Geräusch werde ich dich fragen, wie du es bewertest auf einer Skala von 1 bis 10. Und was dir daran gefallen hat, bzw. was dir daran gar nicht gefallen hat, ja. Und sei da bitte ganz ehrlich, es gibt auch kein richtig oder falsch. Das ist alles deine subjektive Meinung und die zählt, ja. Also lass dich nicht irgendwie von anderen beeinflussen, sondern wenn dir das nicht gefällt, dann sagst du das einfach. In Ordnung. Super. Dann würde ich vorschlagen, wir starten sofort. Als aller erstes muss ich natürlich schauen, wie es um deinen Ohren steht, also ob die sauber sind. Das ist natürlich wirklich ausschlaggebend für die Tests. Wir müssen sicherstellen, dass deine Ohren sauber sind, damit die Tests nicht eventuell fehlerhaft sind in Ordnung. Okay. Dann werde ich dich jetzt ein klein wenig zurücklehnen und dann schaue ich mir deine Ohren ganz genau an. Okay. Jetzt. So. Ich habe hier meine trusty Brille dabei und ich würde dich bitten, dass du so gut es geht auch dem Licht folgst. Ja. Ob ich hier bin oder in deinem anderen Ohr, folge einfach währenddessen dem Licht. Okay. So. Nicht erschrecken. So. Das ist jetzt vielleicht etwas hell. Ja. Ich drehe meinen Kopf erst zur Seite. So. Dann stellen wir das mal richtig rein für dich. Perfekt. So. Also. Na. Ich schaue mir jetzt erstmal ganz genau deine Ohren an. Ja. Und ich fange hier an auf dieser Seite. Ja. Du schaust währenddessen hier rein in Ordnung. Deine Augen brauchen wir heute nicht testen, aber das gehört einfach zu dem ganzen Test einfach dazu. Okay, das ist ein ganzes Mal. so Ja, soweit alles gut. Das sieht vielleicht ein bisschen beängstigend aus, aber es ist nicht wirklich. So, dann nehme ich die Brille wieder ab, ja? Okay. 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 Die sollte ich auch nicht blenden die ganze Zeit. Oder soll ich sie auflassen? Ich nehme es jetzt. So. Dann beginnen wir mit dem ersten Test. Stimm. Das ist so hier. Eine blaue Katze. Das ist richtig. Was siehst du? Hier. Eine grüne Katze. Sehr gut. Und was siehst du jetzt? Eine schwarze Katze. Alle drei Katzen nebeneinander. Die blaue, die grüne, die schwarze. Die blaue, die schwarze, die schwarze. Jetzt würde ich dir gerne die Frage stellen, wie du diesen ersten Trigger fandest. Trigger Nummer 1. Würdest du sagen, wir können den so an die Öffentlichkeit rausbringen? Was war deine Meinung dazu von 1 bis 10? Ich verstehe. Ich verstehe. Meinst du das? Ja. Okay. Ja. Das schreibe ich mir auf. Vielen Dank für deine Teilnahme. Und jetzt kommt das zweite. Wir haben hier magischen Sand. Interessant. Interessant ist beschichtet. Das ist eine ganz besondere Schicht. Und wenn man den ins Wasser fallen lässt, dann wird er nicht nass. Nass. Dann wird er nicht nass. Sondern bildet Farmen. Schaukenauin. Schaukenauin. Die Sehen Sie, wie das aussieht? Siehst du, wie das aussieht? Ich zeige dir jetzt, was ich meine. Siehst du? Und er ist wieder trocken, nass, und wieder trocken, nass, und wieder trocken, nass, und wieder trocken. Dann werde ich dich bitten, auch diesen Trigger zu bewerten, auf der Skala von 1 bis 10. Was hat dir da angefallen? Ja. Und was fandest du eher? Nicht so optimal. Können wir den so in die Öffentlichkeit rausbringen? Oder wird das die ASMR-Hörer nicht so sehr begeistern? Was meinst du? Ich zei. Ich zei, was meinst du dir? Super. Ich gehe mir ein wenig zu den nächsten Trigger, mal dabei. Sollte Okay. Das war's für heute. 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 Ja. Bist du bereit für das nächste? Sehr schön. Das war's für heute. 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 Dann wünsche ich dir noch einen erholsamen Schlaf. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute.